Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer dritten Matinee hier im Dresdner Pianosalon im Robert-Schumann-Saal. Ich freue mich, dass wieder so viele eingeschaltet haben. Heute werden Sie ein Fagottkonzert erleben mit zwei Fagottisten und zwar Thomas Eberhardt und Philipp Zeller und im zweiten Teil, ja heute gibt es einen zweiten Teil, wird noch Sonja Gemaladinow mit dem Fagottisten auftreten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung und nicht vergessen, Kopfhörer aufsetzen, Kunstkopfstereophonie, damit Sie den Saal, den Robert-Schumann-Saal auch genießen können. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich wünsche Ihnen 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 viel Spaß und gute Unterhaltung. Musik 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ......